Hallo, willkommen zum Staatsfunk Balkonistan. Ich dachte mir, ich lasse euch mal wieder so ein Lebenszeichen da. Ja, die letzten Wochen war es ja irgendwie doch ziemlich still geworden hier. Einfach, weil ich sehr viel Zeit irgendwie im Labor verbracht habe und viel geschafft habe an meiner Abschlussarbeit. Der Jahreszeit wegen ist auch gerade gar nicht so viel blumenmäßig angefallen. Aber eine Neuerung gibt es hoffentlich, vielleicht, wir werden sehen. Nein, mein Lieblingsgärtner hat mir ein Angebot gemacht, nämlich ob ich mit ihm und zwei Menschen, die ich noch nicht kenne, einen Garten bewirtschaften will. Also diese zwei Unbekannten würden das wohl schon länger machen und hätten aber keine Ahnung von dem, was sie da tun. Das sollte man vielleicht anders formulieren, falls sie das jemals hören. Sie tun es gerne und engagiert, aber mit wenig Fachkenntnis. Und deswegen hat er gefragt, ob ich irgendwie, also er ist jetzt auch mit eingestiegen, ob ich irgendwie mitmachen will. Fände ich eigentlich eine ganz coole Sache und war mir das dann auch mal anschauen. Ja, das wird Arbeit. Also es sind, würde ich schätzen, so 350 bis 400 Quadratmeter Grundhanglage. Zum Glück komplett terrassiert, sodass man schön Beete anlegen kann. Ja, müssen wir mal gucken. Also im Moment liegt sehr, sehr viel Grünschnitt noch rum und es ist sehr, sehr unstrukturiert alles. Also wenn was wächst, dann wächst es da, wo es will und nicht da, wo es soll. Aber es gibt auch schöne Seiten an der ganzen Sache, nämlich es wächst ein Salbei-Busch und ein Rosmarin-Busch, die beide, naja, ich würde sagen, so Sessel groß sind. Also angenehm groß zum dran bedienen und Gewürz, beziehungsweise Tee draus zu machen. Tolle Sache. Apropos Tee, aufgrund meiner irgendwie angeschlagenen Stimme gibt es heute Tee. Ich habe vergessen, was für Tee. Es ist Tee mit Kräutergedöns und so. Ohne Schnaps und ohne Zucker, aber mit Honig. Und ohne Teebaumöl, obwohl alles besser wäre mit Teebaumöl, aber naja. Was habe ich sonst noch zu berichten? Achso, es gibt so ein paar kleine Sachen noch zu reparieren in diesem ganzen Gartengedöns, wo ich mich dann mal dran begeben würde, wenn ich denn die Zusage bekäme. Es steht eine kleine gemauerte Hütte drauf. Also klein heißt so, ich würde sagen, 20 Quadratmeter. Problem ist, dass das Dach undicht ist. Also müsste ich da mal das Dach neu decken. Dachpappe steht auch noch irgendwo rum, also kriegen wir schon hin. Es muss nur mal einer machen. Und dieser einer wird er wahrscheinlich ich sein. Die Fensterläden müssen neu gemacht werden, weil die so, die angeln aus dem Mauerwerk hinaus. Dings, Schwerkraft und so. Aber nichts, was irgendwie unlösbar wäre. Ich hoffe, man hört das Quietschen der Wärmflasche an der Tischkante nicht so. Das klingt ein bisschen wie so ein Furzkissen aus der Schulzeit. Einen Brunnen gibt es noch auf dem Grundstück mit so einer Schwengel-Handschwengel-Pumpe. So schwing, schwing. Pumpe ist leider im Moment kaputt, aber kriegen wir auch irgendwie bestimmt repariert. Ansonsten kostet so eine versenkbare Teichpumpe doch bestimmt auch nicht die Welt. Und man kann die bestimmt irgendwie mit so einem Autobatterie-Dings mal anschmeißen, dass die ein bisschen im Sommer ein bisschen Wasser da aufs Feld bringt. Also viel mit Improvisieren, aber das klingt für mich so, als würde das super werden. Für mich habe ich das Ganze allerdings so ein bisschen an Bedingungen geknüpft. Es ist zwar ein Gemeinschaftsgrundstück, aber ich möchte eigentlich auf jeden Fall so eine eigene Parzelle da drin haben. So ein eigenes, ja, ein eigenes größeres Beet, sage ich mal, wo ich tun und lassen und anbauen kann, was ich will und nicht irgendwie da mit Rücksprache halten muss, mit irgendwelchen Hanseln, die mit meinen Mitgärtnern, ich verstehe schon. Ja, das war gartenmäßig das, was angestanden hat die letzten Wochen. Der Balkon ist sehr, sehr kahl geworden. Ich habe viel weggeschmissen, weil es einjährige Pflanzen waren. Also das ganze Paprika-Tomaten-Kram ist jetzt halt weg. Die Kräuter sind abgeerntet, bis auf den Rosmarin. Der, denke ich, den kriege ich über den Winter auf dem Balkon. Das wird kein Problem, da friert der Topf nicht durch. Die Minze lasse ich auch da, das ist ja Unkraut, das kommt auf jeden Fall wieder. Ansonsten wächst da draußen gerade sehr, sehr wenig. Ist ja auch ein bisschen frisch geworden. Gut. Ich glaube, das reicht vorerst so als kleines Lebenszeichen von mir. Ich hoffe, ich finde wieder mehr Zeit in den nächsten Wochen, um mich wieder mal zu melden und auch irgendwie ja, Content zu haben, der interessant ist. Ja, wir hören uns. Macht's gut. Tschö. Staatsfunk, 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 Balkon ist da. Willkommen zum Staatsfunk-Balkon ist da in Folge 009. Erste Folge in 2017. Erstmal ein mächtiges Hallo allen Kindern der Revolution und Genossinnen und Genossen, die unsere großartigen hier Dings, Werdegang und Staat und so verfolgen. Schön, dass ihr immer noch dabei seid und noch Bock drauf habt. Ist ja nicht selbstverständlich nach einer so langen Abwesenheit. Warum war ich überhaupt so lange weg, werden sich viele fragen. Ja, Landwirtschaft allein reicht halt nicht, um die Siege der Revolution voranzutreiben. Es braucht heutzutage eben auch Hightech. Deswegen Studium vorantreiben und da ein bisschen am Ball bleiben, war mir dann gerade wichtiger. Außerdem wusste ich gar nicht, ob ich heute wirklich ans Mikro soll. Ich bin eigentlich ziemlich erkältet. Habe hier ganz tolle Lutschtabletten und mein Tee des Tages Salbei mit Honig. Ja, was gibt es Neues? Landwirtschaftsmäßig ist eigentlich dieses Jahr alles, was irgendwie planungsmäßig hätte schiefgehen können, wirklich auch schiefgegangen. Ich habe eigentlich eine schöne Liste erstellt gehabt mit Dingen, die ich rausbringen will auf dem Balkon. Aber die Natur griff quasi hinterrücks an und verteilte das Vogelfutter, was ich den Winter über im Vogelhäuschen ausgebracht hatte, komplett über meine Erde, weshalb dieses Jahr das reinste Pflanzenchaos herrscht da draußen. Also Sonnenblumen wachsen im Bambus, was eigentlich nur halb so wild ist, weil Sonnenblumen rocken. Aber eben nicht nur Sonnenblumen, sondern eben auch irgendwelcher Getreidequatsch und Unkraut, das ich nicht zuordnen kann. Was aber, ich mache kurz mal ein bisschen Radau, so, Problem ist, dieses Unkraut ist furchtbar, furchtbar und bevölkert einfach alles an Erde, was es kriegen kann und wuchert dort. Ich weiß nicht, was es ist, es sieht nicht schön aus und ich traue mich nicht, es zu essen. Und ich kriege es nicht in den Griff. Aber gut, das waren wohl die Vögel, die das Vogelhaushalm suchten. Apropos Vögel. Nee, apropos Vögel, ich hatte dieses Jahr im Frühling ein Meisennest auf dem Balkon. Klingt eigentlich viel schöner, als es wirklich ist. Die hatten sich durch den Rollladenkasten gepickt und die Isolierung aus der Wand gefressen, um quasi zwischen Mauerwerk und Putz da, so mit Styropor und so, wo es schön ist, dunkel und warm und Zugluft geschützt sich ein Nest anzulegen. Tja, dann hast du da den ganzen Tag Flugverkehr auf dem Balkon. Alle Minute landet so ein nervöses Meisending und bringt irgendwelches Insektenzeug in deine Wand. Ab und zu scheißt mal einer raus und genau vor die Balkontür. Also nicht so prall. Überraschenderweise hörte das Ganze von einem Tag auf den anderen auf, was mich ein bisschen nervös machte durchaus. Weil ich keine Lust habe, dass mir irgendwelche modernden Vögel in der Wand vor sich hin faulen und es irgendwie stinkt. Was macht der Herrscher von Welt? Ich gehe in den Baumarkt und habe mir so einen überdimensionalen Zahnarztspiegel im Endeffekt besorgt. Und so ein Greifer, der so beweglich ist, so einen aufgewickelten Draht mit einer kleinen Klaue vorne, um eventuelles Gefögels aus meiner Wand zu ziehen. Und habe mal geschaut, ob noch was drin ist. Aber zum Glück waren die wirklich alle einfach flügge mit einem Tag und waren einfach alle weg. Sodass mir da jetzt keine Leichen in der Wand wohnen. Genau, alles nochmal gut gegangen. Prinzipiell kann ich aber niemandem empfehlen, irgendwelche Meisen bei sich in der Wand nisten zu lassen. Das ist nur Stress. Moment bitte. Wir brauchen noch einen Schluck Tee. Genau. Weiteres Viehzeug hat sich dann breit gemacht. Parallel zu den Meisen haben Hummeln. Diese wundervollen Tiere, Hummeln. Ich mag Hummeln. Haben den Balkon für sich entdeckt. Und zwar diese Nupsis, mit denen man den Rollladen daran hindert, im Rollladenkasten zu verschwinden. Diese Stopper sind hohl. Und scheinbar fanden die Hummeln es super, weil es quasi kleine Höhlen sind. Und die da Nestchen drin reinbauen können. Alle vier Stopp-Nupsis sind also inzwischen zugespeichelt von diesen lustigen pelzigen Insekten. Die da scheinbar wieder irgendwas Geieriges reingelegt haben. War aber ganz spannend, weil anders als ich erwartet hätte, sind Hummeln eigentlich sehr... Man hört, dass ich mit den Fingern knackse. Eigentlich sehr angenehme Zeitgenossen auf dem Balkon. Die fliegen nicht gegen den Kopf. Die sind nicht so dumm wie Wespen oder aggressiv oder irgendwas. Waren ziemlich zielstrebig. Also man konnte auch mit dem Kopf quasi vor der Einflugöffnung sitzen. Und sie haben es wirklich geschafft, drum herum zu fliegen, ohne anzugreifen, ohne gegen zu dotzen. Sehen zwar ungeschickt aus, sind aber geschickter, als man glaubt. War schön. Ähm, genau. Was gibt es noch so? Achso, ich mache nochmal Krach. Oh ja, der Schreibtischstuhl des Todes. Aktueller Ausblick. Was wächst denn so draußen? Fangen wir mit dem schönsten an. Inzwischen fünf Tomatenpflanzen, weil ich habe letztes Jahr auf dem Podstock, gab es von der Geschichtenkapsel Tomatensamen in so einer Streichholzbox. Das waren, ich glaube, sechs Samen. Oder zumindest habe ich sechs Samen in die Erde gesteckt. Kann sein, dass die anderen irgendwie runtergefallen sind. Von den sechs Samen sind wirklich fünf angegangen. Und inzwischen so, ich schätze mal einen halben Meter groß, haben alle ihre Blüten offen. Und ich bin da zuversichtlich, dass es da Ertrag gibt. Hat gut funktioniert und ich habe auch ganz eifrig ausgegeizt die Pflanzen und versuche gerade aus den Blättern, wie sagt man, Ableger. Ableger zu ziehen, um vielleicht noch eine zweite oder sogar eine dritte Ernte dieses Jahr damit einzufahren. Und wir werden es sehen. Jedenfalls, sobald die Wurzeln haben, will ich die einsetzen in Erde und dann kommen die ins Büro, ans Fenster. Als Zimmerpflanzen, genau. Das wird super. Das war das Positivste, was bei mir auf dem Balkon so grünt im Moment. Ich hatte Spinat ausgesät. Anfängerfehler, großer Anfängerfehler, viel zu dicht gesät. Deswegen ist mir im Endeffekt die Hälfte eingegangen, die andere Hälfte konnte ich retten. Aber so richtig geworden ist der nicht. Also das werde ich nicht nochmal machen. Das war nicht so prall. Die Hälfte, die überlebt hat, blüht inzwischen. Weiß jemand von euch, ob ich den trotzdem verwenden kann? Wenn der blüht, schmeckt der dann irgendwie bitter, schlecht, nach Fischstäbchen oder so? Oder sollte ich den jetzt einfach nicht mehr benutzen, sondern mit Unterpflügen und als Dünger benutzen? Könnt ihr mir ja mal irgendwie eine Antwort drauf geben. Mein Waldmeister, den ich noch auf dem Balkon hatte, der ist im Frühjahr richtig schön groß geworden. Richtig schöner kleiner Busch. Ich habe, wie es halt so ist, völlig verpasst zu ernten. Der hat furchtbar früh angefangen zu blühen. Noch bevor der irgendwie schön Blätter ausgebildet hat, da hat er schon Blüten gehabt. Weshalb ich mir jetzt gedacht habe, ich lasse den einfach stehen bis Herbst. Bis der anfängt, seine Vegetationsperiode einzustellen. Und schneide den ab, trockne den oder friere ihn ein. Das weiß ich noch nicht. Das muss ich rausfinden, um ihn dann als getrocknetes oder gefrorenes Kraut zu nutzen. Weil ich gelesen habe, dass die Giftigkeit, die der von Natur aus hat, durch Trocknen und auch durch das zellzerstörende Einfrieren, soll das Gift abgebaut werden. Sollte ganz gut gehen. Ich werde berichten, wenn ich vergiftet bin. Genau. Was wächst noch? Kapuzinerkresse. Auch mehr so als Unfall. Die habe ich ganz woanders gesät, habe ich gedacht. Sie hat x Dinge umgepflanzt und sie ist dann durch Zufall gekeimt. Dafür macht sie das aber sehr gut. Kriegt jetzt ihre ersten Blüten. Ist noch nicht so hoch. Also ich würde sagen so 40 Zentimeter insgesamt. Aber köstlich. Habe ich festgestellt, lässt sich ein gutes Pesto von machen. Wenn ihr wollt, mache ich da mal Rezeptchen von, stelle das mit auf die Seite. Sehr köstlich unter Scheibenkäse. Zum Beispiel Esrum. Außerdem wächst noch, wie letztes Jahr, meine Petersilie. Die sollte eigentlich einjährig sein. Aber die Pflanze hat das nicht gemerkt, dass sie einjährig ist. Oder dass, Entschuldigung, hat nicht gemerkt, dass sie einjährig ist. Oder dass das Jahr vorbei ist. Jedenfalls die wächst. Die wird größer. Die wird dicht. Ist beim Winter ein bisschen braun geworden. Aber das wächst jetzt alles raus. Lässt sich auch gut in das Pesto reinschubsen. Außerdem habe ich zwei Balkonkisten mit Minze. Das war bis vor kurzem ein Balkonkasten. Aber das war so dicht gewachsen, das war nur noch ein großer Wurzelballen eigentlich im Blumenkasten. Sodass die Triebe, die rauskamen, sehr, sehr vereinzelt waren. Nicht schön groß, nicht schön dicht. Und ich habe den ja eigentlich angepflanzt, den Minze. Ich habe die Minze ja eigentlich eingepflanzt, um meine Teevorräte damit aufzubessern. Und das funktioniert einfach überhaupt nicht, wenn das halt nur so mickrige Triebe sind. Und also habe ich den einen Kasten einfach den Wurzelballen zerschnitten, weil Minze ist Unkraut, in vier Teile. Und diese vier Teile auf zwei Balkonkisten vereinzelt. Und neue frische Erde dazwischen ein bisschen Kaffeesatz mit reingemischt als Dünger. Und man merkt schon, dass jetzt eine Woche her, anderthalb Wochen her, es treibt deutlich schöner aus und wird dichter und sowas. Ich hoffe, dass es bis zum Herbst jetzt schön Power gibt, damit ich ernten kann und im Winter wieder Tee habe. Mit dem Salbei geht es genauso. Da hatte ich eigentlich die Hoffnung schon aufgegeben. Der ist im Frühjahr überhaupt nicht schön gekommen. Aber inzwischen jetzt, wo es mal ein paar Tage auch wärmer war und sowas und der schön Sonne abgekriegte. Ich stoße dauernd gegen diesen Mikroständer. Jetzt habe ich den Salbei verloren. Genau, Salbei. Der kam überhaupt nicht, bis schön warm wurde. Sonne drauf. Plupp, Triebe, Blätter, hübsch. Mach mal auch da am besten Tee draus. Ich muss noch einen Schluck von diesem Tee trinken, fällt mir da gerade ein. Genau. Ja. Wird nicht so eine tolle Ernte mit dem Salbei wie letztes Jahr. Dafür ist die Pflanze einfach zu mickrig. Aber ein paar Tassen werden wir mal rauskriegen. Ich habe dieses Jahr mal Erbsen versucht. Die funktionieren auch wirklich. Die sind nicht so groß geworden. Also dafür, dass auf der Packung irgendwie stand, die werden einen Meter, einen Meter zwanzig hoch oder sowas. Gar nicht. Die sind 40 Zentimeter. Tragen, aber Schoten. Ich habe sieben Schoten, glaube ich, gezählt eben. Und die haben auch alle so Erbsen drin. Das sieht man schön gegen das Licht. Bin gespannt. Ich weiß nicht, wie lange ich die hängen lassen muss, bis die reif sind. Gibt es da irgendein Kriterium? Muss irgendwo, was weiß ich, der untere Zipfel braun werden oder so? Wisst ihr was? Dann antwortet. Gefährlichst. Als brave Hörer. Geh mal kurz gedanklich weiter. Neben den Erbsen wachsen Ringelblumen. Ich habe letztes Jahr so ausgesät in einen Balkonkasten eine essbare Blütenmischung. Da waren Ringelblumen mit drin. Ich wusste bis zu dem Zeitpunkt gar nicht, dass Ringelblume so scheiße schmeckt. Habe aber die Samen aufgehoben, die sich gebildet haben. Ich glaube, die sehr meisten darüber gefreut hatten. Letztes Jahr waren auch irgendwie die Bienen. Aber gut. Ringelblumen ist super angegangen aus den Samen und habe ich jetzt so einen großen Topf voll und hoffe, dass die noch Blüten kriegt, weil ich versuche, Salbe draus zu machen. Ringelblumensalbe nimmt man so bei so oberflächlichen Verletzungen der Haut oder ein bisschen Gelenkschmerzen hat vom Sport oder sich irgendwo gestoßen hat oder so. So grobe mechanische Fehler. Wenn ich die Salbe mache, schmeiße ich euch auch das Rezept hier rein. Vielleicht kann ich da eine eigene Folge draus machen wieder oder eine eigene Kategorie. Ich hätte ja schon mal so Do-it-yourself-Krempel. Mal gucken. Neben den Ringelblumen hängt noch eine Pimpinelle. Kann ich nur zu sagen, wächst und blüht. Und was ich damit anstelle, keine Ahnung. Ähnlich wie mit dem Boric. Schmeckt mir nicht. Kann man angeblich als Salatkraut benutzen. Wobei andere Quellen sagen, tu es nicht, das macht Krebs. Aber vieles, was toll ist, macht Krebs. Ich bin unsicher. Ich weiß jedenfalls, die Hummeln fahren voll auf diese blauen Blüten davon ab. Deswegen lasse ich es stehen und finde das gut. Erdbeeren haben wir noch. Drei kleine Pflänzchen. Die haben irgendwie letztes Jahr mehr Elan gehabt, sich zu vermehren, als Früchte zu produzieren. Dieses Jahr habe ich es probiert dadurch zu unterdrücken, dass ich jedes Mal, wenn neue Triebe kamen, die direkt weggeschnitten habe. Aber es gibt wirklich Früchte dieses Jahr. Zwei dieser drei Pflanzen tragen. Es scheinen mir auch verschiedene Sorten zu sein, weil die eine bildet zwar relativ kleine, aber richtig aussehende Erdbeeren hervor. Die andere ganz winzige, die auch anders schmecken, nämlich so walderdbeerig. Ich vermute inzwischen, ich habe da irgendwelche Montagsmodelle bekommen. Aber hey, vier Stück waren schon reif. Vier Stück hängen noch dran. Glorreiche Zeiten auf Balkonistan. Das reicht fast für ein Törtchen. In diesem vorhin beschriebenen riesigen Unkraut wachsen Möhren. Ich habe probiert, Möhren auszusäen. Nicht zum ersten Mal und es ist wieder mal in die Hose gegangen. Wahrscheinlich diesmal einfach aufgefressen vom Unkraut. Wahrscheinlich diesmal aufgefressen vom Unkraut. Was wächst denn noch? Der Bambus wächst, wie letztes Jahr. Den schneide ich auch wieder zurück, wenn er zu hoch wird. Dann habe ich schöne Bambusruten. Braucht man ja immer mal. Und sei es nur als Ranghilfe für oben genannte Tomaten. Ein bisschen Zierrad wächst noch. Ich habe eigentlich alles hier an Zierpflanzen, was in der Bude stand, rausgestellt. Weil schadet ja nicht im Grunde genommen. Wächst auch alles. Auch wenn, wie jedes Jahr, ich habe es wieder mal verpasst, irgendwie einen Sonnenschutz aufzustellen. Deshalb haben eigentlich alle Pflanzen, die hier den Winter über in der Bude standen und es schön dunkel hatten, so wie ich es mag, haben sich furchtbar Sonnenbrand geholt beim ersten ordentlichen Sonnenschein draußen. Haben sich aber alle erholt, alle neue Blätter bekommen und Juchai wächst, wächst. Was ich völlig vergessen habe dieses Jahr auszupflanzen, waren Bohnen und Chilis. Ich weiß nicht, vielleicht fange ich das jetzt noch an und ziehe die einfach hier in der Wohnung. Wenn es draußen dann mal zu kalt wird im Herbst, schauen wir mal, ob das irgendwie klappt. Bislang aber, toi toi toi, noch kein Ungeziefer und kein Pilzbefall. Das hatten wir letztes Jahr irgendwie bei den Paprikaschoten ziemlich exzessiv mit dem Blattläusen und so. Also dieses Jahr noch nix. Mal gucken, vielleicht bleibt es ja so. Noch ein Schlückchen Tee. Das war das Kapitel draußen. Kapitel drinnen. Eigentlich, habe ich ja eben schon gesagt, hat es fast alles nach draußen geschafft, was hier drinnen stand. Ein Blatt habe ich drinnen gelassen, weil das ist ein bisschen sensibel. Das mag es nicht zu hell. Und vor allem habe ich Sorge, wenn das draußen mal irgendwie zwei, drei Tage am Stück knacken heiß wird, dann vergesse ich es einmal zu gießen und es geht mir ein. Nee, das Risiko gehe ich nicht ein. Das wird also drinnen bleiben. Den Weihnachtsstern von Weihnachten habe ich wirklich geschafft durchzubringen. Der hat seine Größe inzwischen verdoppelt. Fand ich ganz cool, hätte ich nicht mitgerechnet, weil das so eine Kaufhauspflanze war. Man kennt das ja, wenn man so Kräuter kauft im Supermarkt. Da hast du eine Woche Watt von und dann geht das ein. Und so ist das ja bei vielen so Krempel, die man so im Supermarkt kauft. Dachte ich auch mal mit dem Weihnachtsstern genauso. Aber ich habe den umgetopft in so eine Mischung aus Blumenerde und Kräutererde. Also relativ düngerarm mit so Steinchen drin, so Granulat drin, dass das ein bisschen aufgelockert bleibt, dass sich nicht so viel Staunässe bildet und sowas, dass das leicht hat, wenn er sich vergrößern will. Und habe einen Topf gewählt mit Löchern unten drin. Klar, wir wollen ja keine Staunässe. Und auf so ein Tellerchen gesetzt. Und ans Fenster gestellt. Und relativ häufig, weil das Fenster her, wie das halt so ist, ist über eine Heizung. Das heißt, es trocknet relativ schnell alles aus. Würde ich schon sagen, so zwei, dreimal die Woche. Dafür relativ wenig. Nur unten in den Teller reingegossen. So einmal den Teller vollgemacht und aufsaugen gelassen. Was er nicht aufgesaugt hat, direkt weggekippt. Keine Staunässe. Wir wiederholen. Keine Staunässe. Und wenig Zugluft. Also das war ein bisschen ein Problem, weil dieses Fenster, an dem der steht, ist A ein Fenster. Das brauchst du zum Lüften. Aber B auch direkt neben der Balkontür. Das war immer ein bisschen tricky, dass man ihn mal wegstellt beim Lüften. Dass er nicht zu viel Zug kriegt. Nicht zu viel Hitze. Also Wärmeschwankungen zwischen der kalten Luft draußen und der Heizungsluft drin. Aber es hat funktioniert. Der ist inzwischen richtig schön gewachsen. Ist von, sagen wir, 10 cm auf gute 25 cm Höhe hoch. Zwar nicht diese roten Blätter, sondern erstmal nur grüne Blätter. Ich hoffe einfach, dass wenn es kälter wird und der Weihnachtsstern merkt, dass sich die Jahreszeit ändert, dass der dann wieder diese roten Blätter produziert. Ich weiß nicht, wisst ihr, wann der das tut oder wodurch man das beeinflussen kann? Wenn ja, bitte laut geben. Neben dem Weihnachtsstern habe ich noch als Experiment eigentlich eine Zierbohne. Meine Frau hat die mitgebracht. Das war so, man kennt das aus so Möbelhäusern manchmal. Ich hatte das schon mal mit Tomaten, glaube ich. So Tomatensamen in so einer Konservendose mit schon wieder dieses Kabel. Wo war ich? Zierbohne. Ach ja, Same in der Konservendose und so Pflanzgranulat mit drin. Ich glaube, auf Kokosbasis ist das. Und dann gießt man das ein paar Mal an und dann wächst da was draus. Haben wir gemacht, hat funktioniert. Juhu. Und ich kann ja in der Hinsicht nichts wegschmeißen. Hab dann, als die Pflanze eigentlich zu groß war für ihre Konservendose, die da rausgepopelt und eingesetzt in Erde, Ranghilfe gebaut und hab die quasi am Fenster hochranken lassen über ein Schnürchen und die Gardinenstange entlang. Siehe da, ich glaube, gesetzt haben wir das Ding im November. Vor vier Wochen, würde ich sagen, kamen die ersten Blüten wirklich dran. Vier Stück oder fünf. Und aus denen wurden inzwischen wirklich zwei Schoten mit Bohnen drin. Kann man halt leider nicht essen, ist ja Zierpflanze. Zierpflanze, aber die Bohnenkerne will ich rauspopeln und mal gucken, vielleicht ziehe ich mir da noch was von. Oder schmeißt die meinen Nachbarn an den Kopf oder so. Mal gucken. Wir machen da schon was mit. Was mir gerade noch einfällt, ihr kennt alle diese Kaufhausorchideen. Ich habe keine Ahnung, wie die wirklich heißen. Ich schmeiße euch ein Bild in die Show Notes von der Pflanze, die ich meine. Ähm, dann wisst ihr auch, worauf ich hinaus will. Nämlich, kennt ihr gute Pflegetipps dafür? Durch einen Zufall und ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, ähm, ist die A über den Winter gekommen und B blüht die richtig, richtig schön. Äh, leider ist ein Experiment ja nur was wert, wenn man es wiederholen kann. Wie kann ich das wiederholen? Äh, wenn ihr da irgendwie Erfahrung habt mit, äh, diesen, äh, Kaufhausorchideen, dann, äh, auch da wieder bitte antwortet, bitte schreibt, bitte postet, äh, gebt mir Tipps. Genau, das war so mein, mein kurzes Update für euch. Äh, was steht in Zukunft an? Die Rezepte, die ich euch genannt habe, werde ich vielleicht, äh, einfach auch vertonen und euch hier, ne, so in den Feed schmeißen. Und, äh, demnächst habe ich noch einen Ausflug in den Botanischen Garten vor. Vielleicht nehme ich da das Aufnahmegerät mit und, äh, dann hören wir uns da. Bis dahin wünsche ich euch was. Macht's gut. Tschüss. Staatsfunk Staatsfunk Balkon ist da. Das könnte jetzt unangenehm werden. So. Test, test. Staatsfunk Staatsfunk Balkon ist da. Ha, ha. Staatsfunk Balkon ist da in Folge 010 heute in absolut ungewohnter Umgebung, nämlich direkt aus meinem Kaminzimmer. Ja, Kaminzimmer. Mein wundervolles Weib und ich sind umgezogen aus unserer winzigen Wohnung in dieses, äh, ja, doch standesgemäße Häuschen. Mit, ähm, mit Garten und mit Balkon und Terrasse und Gedöns, äh, hat natürlich den Vorteil, dass ich mich hier endlich mal botanisch ausleben kann und, äh, euch dann hoffentlich mit vielem weiteren Quatsch auf den Nerven gehen kann. Und, äh, das heißt aber auch, äh, die Technik steht noch überhaupt nicht. Es ist alles sehr improvisiert. Ähm, wenn es folglich etwas, äh, sagen wir ungewohnt und, äh, noch nicht so prall klingt wie sonst und meine engelsgleiche Stimme vielleicht echot oder sowas, das wird jetzt so bleiben in nächster Zeit. Außer ich finde da eine adäquate Lösung. Wie ihr natürlich auf, äh, Twitter alle schon mitbekommen habt, kann ich es natürlich auch nicht lassen und hab als eine meiner ersten Amtshandlungen, äh, Chili-Pflanzen gekauft. Und, äh, nicht bedacht, dass auch kleine Pflanzen relativ viel Ertrag bringen können. Was zur Folge hat, dass ich, äh, für meine Verhältnisse gerade sehr viel Chili verarbeiten muss. Meine einzige Lösung dafür war gerade Soßen kochen. Und, äh, ihr habt es auf dem, auf dem Podstock ja schon über euch kulinarisch ergehen lassen müssen oder dürfen oder so, ähm, da habe ich nämlich euch mitgebracht gehabt meine, äh, Chili-Pfirsich-Zwiebel-Grillsoße. Ähm, die scheint ja ganz gut angekommen zu sein. Daraufhin habe ich heute nochmal zwei Kilo Pfirsiche verkocht mit, na, vier Zwiebeln glaube ich waren es, bisschen Zucker, Zitrone und, ähm, na, vier ordentlichen Habanero-Schoten. Und, äh, vier ordentlichen Habanero-Schoten. Und, äh, das sind, ja doch, mehr Gläser jetzt geworden, als ich eigentlich vorgehabt habe. Aber gut, das, ähm, das Zeug geht ja weg, wie ich gemerkt habe. Joa, äh, wertet das soweit mal als ein kleines Lebenszeichen Balkonestans. Ich hoffe, dass ich jetzt wieder öfter dazu komme, hier in dieses Mikro zu sprechen. Vielleicht lasse ich einfach mein Equipment hier im Wintergarten stehen, im Kaminzimmer stehen und kann dann in meinem quasi gläsernen Studio euch öfter mal mit Neuigkeiten hier aus der Botanik berieseln. Ja, schlagen wir mal kurz den Bogen zu, was war noch? Ich war auf dem Podstock und möchte mich an dieser Stelle nochmal wirklich bedanken bei irgendwie allen, die da waren, weil das war ein großartiges Erlebnis mal wieder und ja, es wurden irgendwie in allen möglichen Podcasts schon die Highlights aufgelistet. Und so ganz, ganz persönlich für mich das absolute Highlight war, ich habe mal wieder in ein Mikrofon gesprochen und habe gemerkt, wie sehr mir das eigentlich gefehlt hat. Auch das wird ein Grund sein, warum ich hoffentlich in Zukunft wieder öfter hier euch voll labern kann. Gut, wir belassen es erstmal dabei. Es sind jetzt irgendwie geschmeidige viereinhalb Minuten geworden, das muss jetzt mal reichen. Ja, hoffentlich hören wir uns bald wieder. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Ja, никого-